Das Innenministerium plant, die Sachleistungskarte für Asylwerber nach einem positiven Testlauf in Oberösterreich bundesweit einzuführen. Das kündigte Innenminister Gerhard Karner am Dienstag an. Wir werden im Oktober mit der Federführung der Frau Gruppenleiterin in die Ausschreibung gehen mit der Bundesbeschaffungsagentur, die das natürlich vornehmen wird. Und wir wollen eine flächendeckende Umsetzung der Sachleistungskarte ab Anfang 2025. Das ist das klare Ziel, weil es wesentliche zentrale Vorteile bringt, einfachere Verwaltung, Missbrauch, Verhinderung. Die Karte verhindere, so zum Beispiel, Geldflüsse an Schlepper und Überweisungen in Heimatländer, so Karner. Die Sachleistungskarte wird persönlich an Flüchtlinge ab 14 Jahren ausgegeben, um die Kontrolle des Geldes durch Familienpatriachen zu vermeiden. Aktuell sind beim Pilotprojekt etwa 130 Karten im Einsatz, die alle Leistungen der Grundversorgung abdecken. Monatlich können davon 40 Euro Taschengeld abgehoben werden. Die Karte ist in bestimmten Branchen, wie zum Beispiel Wettlokalen, nicht nutzbar. Karner kann die Länder nicht zur einheitlichen Nutzung zwingen, aber erhofft auf eine rege Beteiligung. Karte ist in bestimmten Jahren, wie zum Beispiel Wettlokalen, nicht zu vermeiden. Die Karte ist in bestimmten Jahren, wie zum Beispiel Wettlokalen, nicht zu vermeiden. Karte ist in bestimmten Jahren, wie zum Beispiel Wettlokalen, nicht zu vermeiden.